im radio mit bild also im fernseh praktischen tv bereich habe ich ein bericht gesehen und zwar war da was über das menschliche wesen praktisch über dich und mich und andere praktischer und mit dem geschmack wie das ist das sind so geschmacks genossen und die befinden sich so in der nase und da nimmt man dann den geschmack war und das habe ich mir gedacht jetzt ist alles klar im winter schmeckt nichts rum die knospen gehen doch erst im frühjahr auf guck mal mit die blumen und so ist mit den geschmacks knospen auch halbjahr oder drei monate oder sechs monate je nachdem ist dann praktisch winter und in der zeit schmeckt nichts durch die nase erst wenn sommer ist dann gehen die ich muss mal auf und dann schmeckt was das muss wissen also wenn du zum beispiel hier ja ein sauerbraten essen willst den guten empfehle ich dir im sommer im winter schmeckt es noch gar nichts was das jetzt verstanden wenn es nicht verstanden hast kannst meine mitteilung noch mal anschauen